Konnichiwa, Kettys! Hier ist sie wieder, eure Josi. Heute habe ich alles falsch. Äh, nein, ich bin noch nicht richtig drin, ich bin noch nicht richtig wach. Die Woche war halt etwas Extrems. Aber die Woche endet natürlich mit etwas, was wir alle immer gerne lieben. Nämlich die Twitch Clips Germany. Wir sind bei der Folge 224. Ja, jetzt habe ich mich völlig verhaspelt. Und die heißt, das war unangenehm. Und, bitte nicht wundern, das wurde aus irgendwelchen Gründen nochmal re-uploaded. Äh, aber okay, ist halt so. Äh, den Einstand heute macht der ITZ, äh, der ITZ Janina. Das sieht mir aus wie ein Junge oder wie ein Mann und nicht wie ein Mädchen. Ähm, aber trotzdem, ja, ich denke mal, wir gucken uns das Ganze zusammen an. Und sehen das dann entsprechend weiter, genau. Okay, ich muss kurz was gucken. So, also, ich, ich gehe mal rüber in den Live-Bereich. Wir haben wieder etwas, was wir schon die letzten zwei Mal hatten. Einmal haben sie den, äh, einmal haben sie, Moment. So, einmal haben sie den, äh, 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 den Zugang gemacht. Dann hat sie, äh, also die, äh, Einleitung, dann hat sie die Einleitung gemacht. Und jetzt macht sie die Einleitung. Oder wie auch immer. Nein, einmal haben sie die Einleitung gemacht. Einmal hat sie die Einleitung gemacht. Und jetzt macht sie die Einleitung. Dann ist das doch ein Mädel. Okay, gut. Dann weiß ich aber, was das hier ist. Hm. Äh, schau mir das einfach an, dann wissen wir es. Genau. Ach so, ja, äh, bevor ich es vergesse. Natürlich ein Hallo an die Lady Asmodana. Und ja, das mit dem U kenne ich. Und ein Hallo an die Xautina. Und natürlich ein Dankeschön, Xautina, für, äh, 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 zehn Monate dabei. Aber, ich weiß, ich merke es jedes Mal an, du hast einen Monat zwischendrin vergessen oder nicht richtig re-reactet. Denn du bist nur im achten Monat im Stück. Aber, ja, gut. Weiter und weiter. Wir starten rein. Okay. Ah, okay. Ich bin relativ weggefiltert. Egal dann. So einfach ist das. Man muss einfach nur sagen, herzlich willkommen zu Twitch Chips Germany. Nehmt euch Chips. Lasst euch die Clips schmecken. Okay. Nee, wartet. Ja, da lief wohl ein bisschen was her. Und das waren zwei. Deswegen. Aber es war trotzdem ein Mädel. Okay, gut. Meine Entschuldigung. Ich dachte, es wäre ein Junge, ein Mann, also ein Mädelchen passiert. Ähm, und ja. Wir, wir wissen ja. Wenn man sagt, äh, willkommen zu Twitch Chips Germany, dann, dann kann man unter Umständen es schaffen, reinzukommen. Ja. Aber ich, mir fällt ein, ich hab immer noch nicht das Video dazu gemacht, dass wir, dass ich das benutzen dürfen. Also. Okay. Weiter geht's. Oh, Stris hat mich so erschreckt. Wir kommen grad mit dem Essen rein. Ist das dein uralter Computer? Nein. Er kam mit dem Essen rein, er ließ das Essen fallen und damit war das Essen zu Ende. So, und wenn ihr euch wundert, warum jetzt hier unten alles dunkler geworden ist, ich weiß nicht, also hier bei uns die Beleuchtung. Ich muss ab nächster Woche wieder mit Licht arbeiten. Ja, äh, aber das Essen, das arme Essen, das hat er sich so viel Mühe gegeben. Und sie hatte bestimmt Hunger. Ja, passiert. Du, du trittest mich nicht, ne? Du bist der liebe Katze. Okay. Gut, dass wir das klären konnten. Ja, Among Us, ihr wisst, ich mag dieses Spiel nicht. Ähm, es ist ein Spiel, was ich, äh, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann damit, ich kann damit nicht. Voll, äh, Vollgeist, okay, da werde ich die Tage auch mal wieder ein bisschen spielen. Und es gibt auch andere Spiele, die ich gerne mag, außer MMOs, wohlgemerkt. Aber, ähm, ganz ehrlich, nee, Among Us ist nicht meins. Oh, ich stelle mir vor, ihr sterbt mit eurem Vibrator drin. Das muss halt auch sehr wild sein für die Krankenhausmenschen. Es gibt Themen, die muss man nicht unbedingt, ja, irgendwie, ja, äh, ja. Aber ich stelle mir das auch ein bisschen weird vor, so, wenn man da, ähm, aber, äh, okay, ja, es gibt ja auch junge Menschen, die sterben. Äh, schwieriges Thema, schwierige Sache, wenn ihr dazu eine Einde hat. Und unten in die Kommentare. Schau wieder. Ihr Marilyn Monroe Moment, aber im Liegen. Äh, Moment, heißt das jetzt, wir sehen das jetzt dutzendfach, äh, jedes Mal dieselbe Szene? Hm, schwierig, schwierig. Was mir hat denn das gemacht? So, was bist du jetzt? Kraftstoff-Tank. Okay, wie schlau war das jetzt, drauf zu schießen und da in Deckung zu gehen? Gar nicht schlau, äh, sowas macht man auch nicht. Wobei ich mich eins frage, du hast drauf geschossen und bist dann dahinter in Deckung gegangen. Wenn man drauf schießt, geht das Ding doch eigentlich gleich in die Luft. Oder hab ich da irgendwie was verpasst? Es ist Mars-Effekt, ja, es ist ein älteres Spiel. Aber, hm, damals waren die Engines vielleicht noch nicht so gut. Aber trotzdem, komisch. Bin ich noch? Ach, das rote Ding macht auch einen Impuls. Ja, das rote Ding macht einen Impuls und deswegen geht man auf den Impuls drauf, weil der Impuls könnte ja nicht heißen, dass das Ding in die Luft geht. Ja, heute, heute, heute haben wir es mit vielen lustigen Fehltritten zu tun. Vorne oder hinten? Wie habt ihr es lieber? Von vorne oder von hinten? Das ist jetzt wieder mal ganz aus dem Konzept gerissen. Klar, das war klar, dass sowas passieren muss. Natürlich war damit gemeint, wie man das Toilettenpapier mag. Ob man das Blatt vor der Rolle oder hinter der Rolle mag. Nur für die, die es nicht wissen, was damit gemeint war. Guten Morgen, Kistenkater. Schön, dass du da bist. Also, was du gehört, Kevin? Will ich saufen? Hey, sie kann das. Okay, Kevin? Ja, wo ich gerne mal hin will. Oh, shit. Oh, shit. Augen auf beim Hula-Hoop-Reifenspiel. Sie hat das gut drauf gehabt, also das muss ich mal sagen. Und hat aber nicht daran gedacht, dass natürlich der Reifen nicht nur vorne platzt, braucht sie dann auch hinten und an den Seiten. Und hinten hat sie leider ihre Pflanze abgeräumt. Schade für die Pflanze. Ich hoffe mal, man kann sie noch retten. Und unser Kistenkater schreibt, vor. Immer vor. Also Toilettenpapier. Ja, genau. Ich bin auch dafür vor. Ich hatte ja auch schon gesagt, als wir das erste Mal gesehen haben. Ich gehe hin und drehe notfalls sogar bei uns in der Schule, kommt das häufiger vor, also im Schulungszentrum, dass die Rolle falsch rum hängt. Dann drehe ich die rum. Bin ich auch ganz radikal dazu. Also das mache ich. Selbst wenn wir irgendwo in einem Kaufhaus sind und ich gehe auf die Toilette oder wir sind in einem berühmten Schnellrestaurant und ich gehe auf die Toilette. Also irgendwo auf die Toilette und es ist falsch rum in meinen Augen. Also es ist hinter der Brolle, da mache ich, drehe ich die auch rum. Da habe ich kein Problem mit. Wo bin ich? Alter, warte, was? Hä, wo bin ich denn hier gespawnt? Hilfe! Ist es normal? Nein, das ist nicht normal. Was ist das, finde ich? Geil, er ist vorm Spiel genau mitten in eine Säulenaufbau gestellt worden und zwar so, dass er nicht rauskommt. Das ist geil. So kann es gehen. Wie er da rauskommt, ich glaube nicht, dass das funktioniert, außer er benutzt Jeeps. Was? Oh nein! Oh mein Gott! Mein Handy ist noch nicht kaputt. Oh nein! Alter! Ich würde sagen, der letzte Fall hat dazu gesorgt, dass zumindest der Display gesprungen ist. Wobei, da müsste der die Kamera... Wobei, nein, nicht unbedingt. Die Kamera ist ja nur ein kleiner Teil vom Display. Wenn da nichts gesprungen ist, dann sieht man das ganz, ganz normal und trotzdem ist der Rest hinüber. Ja, äh... Wenn man einen Kochstream macht und das in seiner eigenen Küche tut, was man ja normalerweise tut, dann würde ich sagen, entweder kenne deine Küche oder gehe hin und achte darauf, wo du die Sachen hinstellst. Genau. Weiter geht's. Ah! Mauke, wenn du das nächste Mal Hilfe beim Ausziehen brauchst, du hast meine Handynummer. Ruf mich an! Das ist auch eine Möglichkeit, aber man sollte natürlich auch vor dem Kauf der Klamotten gucken, dass sie passen. Und nicht, dass sie zu klein sind. Ähm, wobei, das hat man ja immer öfter mal gerade. Wir Damen sind ja da, oder Frauen sind dann ja eher ein bisschen kurzsichtiger, sag ich mal. Und denken, nein, komm, das passt, das passt, das passt. Die zwei Chips esse ich noch und die dann aus den zwei Chips wurde dann die ganze Tüte. Und am nächsten Morgen passt das Oberteil dann doch nicht mehr. Und man kommt nicht mal mehr raus. Rein kommt man immer raus, ist ein bisschen schwieriger. Gerade bei solchen Jackendingern, das weiß ich. Aber ist halt so. Weiter geht's. Ach, das schon wieder. Hatten wir doch schon mal. Wow, wenn das runter geht, bin ich ein Matsch. Du hast es auch noch gesagt. Selbstschuld. Kein Mitleid. Kein Mitleid. Hier wartet euch Skee. Guckt rein, wenn ihr Skee haben möchtet. Tü, 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 tü. Das heiße ich wirklich nicht gut, weswegen er das Richt getut und nimmt sein großes Schießgewehr und erschießt den kleinen Marderbär. Abgesehen vom Ende dieses Gedichtes. Wow. Wow. So aus dem Stehgreif heraus, das zu dichten. Keine schlechte Leistung. Und was haben wir da? Äh, Hasi. Äh. Es geht auch ohne futtern. Oh, das finde ich so toll. Ich habe, äh, ich will es haben. Egal, Größe S steht ja. Ja, okay, gut, das geht natürlich auch. Das stimmt. Also, äh, kurz zusammengefasst. Unser Kiskal hat geschrieben, man kann natürlich auch, äh, ohne dass man sich was anfordert, äh, das falsche kaufen. Man kauft in Größe S statt in L. Oder in M statt in XL oder in L, äh, 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 ja, genau. Das könnte man ja auch weiterführen. Aber das ist natürlich auch möglich. Stimmt, 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 stimmt. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten zuzunehmen, ohne dass man was, äh, äh, essensmäßig dafür tut. Unser Kistenkater kennt da leider ein Lied von. Ähm, Diabetiker haben damit das Problem. Denn, ähm, ja, wenn sie Insulin spritzen müssen, spritzen sie sich ein Mastprodukt. Schwierig. Aber auch dagegen kann man was tun. Auch wenn das nicht unbedingt das Schönste ist, was man dagegen tun kann. Kann ich euch sagen. Weiter geht's. Du schaust gerne Reacts? Ja. Auf dem React-Kanal React Clips Germany gibt es täglich bis zu drei Reacts von verschiedenen Streamern. Link in der Info oder React Clips Germany auf YouTube suchen. Schau gerne vorbei. Ja, genau. Also es gibt neben den Twitch Clips Germany natürlich noch einen React Twitch Clips Germany Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mit drauf bin. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht, weil ich dieses Video mit ihm, ähm, dass sie das benutzen dürfen, noch nicht gemacht habe. Ähm, aber, äh, das werde ich noch machen. Beziehungsweise, ihr könnt das natürlich auch jetzt hier machen. Liebes Twitch Clips Germany Team, ihr dürft gerne meine Clips benutzen. Ähm, auf eurer Plattform. Habe ich nichts dagegen. Ja. Weiterhin viel Spaß. Weiter geht's. Lustigerweise sollte die Daily Soap Verliebt in Berlin ursprünglich alles nur aus Liebe heißen. Allerdings hat man die Idee verworfen, weil die Zuschauer häufig die Serien mit den Anfangsbuchstaben abkürzen. A, N, A, L. Oh Gott, das hat gebraucht. Ja, ja. Hup. Ja, hup, das war ein Stückchen so früh. Aber, okay. Ja, genau. Genau, genau. Stellt euch mal vor. Hey, was hast du am Wochenende geguckt, Annal? Ja, das ist egal. Ja, das ist die Monetarisierung dahin, also egal. Wir haben jetzt schon... Ein Huhn? Wir haben schon drei Jahre Zeit miteinander verbracht. Die Höhen und die Tiefen, okay? Wir haben schon so viel durchgemacht. Wollt ihr mich heiraten mit diesem Schwetterling? Nein, okay, alles klar, ciao. Äh, und, äh, ja, also, äh, okay, gut, dazu sag ich jetzt nichts. Auf dem Weg zur Toilette bin ich vielleicht über mein WLAN-Kabel gestolpert und hab mich voll auf die Fresse gelegt. Moment. Moment. Sie ist bitte über was gestolpert? Über ihr WLAN-Kabel. Ey, das ist der älteste Witz der PC-Geschichte, den es gibt. Ja, es gibt kein WLAN-Kabel. Für alle, die das nicht... Es gibt keine WLAN-Kabel. Auch wenn ihr danach googelt und Dutzende von Bildern findet, wo ein Regal gezeigt wird, wo oben drüber WLAN-Kabel steht. Es gibt keine WLAN-Kabel, weil das ist Wireless LAN. Also, kabelloses Internet. So wie hier im Handy. Hallo. Hier unten. Unter. Lödes Ding. Ähm, ja, also, da gibt es kein Kabel. Äh, deswegen kann sie da auch nicht drüber gestolpert sein. Sie ist entweder über den Router gestolpert oder über ihr LAN-Kabel. Und das sagt euch eine Expertin. Also nicht im Stolpern, sondern im Computer und Internet. So, äh, ja. Ich mache jetzt schließlich eine Fachinformatiker-Ausbildung. Simba. Das sind meine Kekse. Das ist mein Name drauf. Ja, das kenne ich. Das macht unsere Katze hin und wieder auch, wenn ich sie so hochhebe und sie es mit sich machen lässt. Dann kommt auch L. Genau, so. Okay, was, was? Wenn du nachher zum Haarverschönerer gehst. Äh, ja, ist in Ordnung, lieber Christenkarte. Au! Wieso stellt man sich in Eldenring vor eine Säule? Das ist doch völlig unzinnig. Ähm, äh, ja, genau. Passiert. Ähm, ja, weiter geht's. Guten Morgen. Einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Auch an diesem einen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich rede mit dir. Ich wünsche dir einen schönen Morgen. Uh, jetzt bin ich ein bisschen Dicks, weil ich gerade mich hochgedeckt habe, weil ich es so machen wollte. Aber gut, okay. Äh, die Kamera. Macht mal wieder, was sie will, aber nicht das, was sie soll. Äh, ja. Das war Toro und ich fand auch das sehr schön gemacht. Und, also für unseren Stream passt es jetzt natürlich. Ähm, aber ich sag euch gleich eins. Wenn ihr wollt, dass ich singe, das wollt ihr nicht. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Weiter geht's. Nächster Koch-Stream. Nächste Fallmöglichkeit. Klammend rein. Das geht schief. Oh, mein Gott. Das ist verliebtes Essen, weil es ist versalzen. So, jetzt wartet gerade mal einen Moment. Ich will mal kurz was hier ausmachen, nämlich das hier. So, fertig. Genau, viel besser. So, also, ja. Das Essen ist definitiv versalzen. Hundertprozentig, da kann man nichts mehr dran retten. Magst du den normalen Hamburger am liebsten, die kleinen Dinge im Leben. Blair, als ich, als ich noch ein Kind war, mochte ich Hamburger auch am liebsten. Nur wusste ich nicht den Unterschied zwischen Hamburger und Cheeseburger. Und ich mochte immer keinen Käse als Kind. Und da habe ich immer gesagt, ich hätte gerne einen Cheeseburger ohne Käse. Und ich glaube, die McDonalds-Mitarbeiter haben mich auch einfach ausgelacht dann innerlich. Und dann war ich nämlich verwundert, warum immer auf meiner Verpackung Hamburger stand. Und ich war so, Hamburger, ich habe doch einen Cheeseburger ohne Käse bestellt. What the hell? Bis ich erst gerafft habe. Ja, diesen Fehler machen viele Leute manchmal. Eigentlich kenne ich nur sehr wenige, die diesen Fehler machen. Ähm, aber auf dem Ding steht Hamburger. Früher stand auf den Verpackungen definitiv nicht Hamburger. Weil die Hamburger sind nur in solche Papierdinger eingepackt gewesen. Ich weiß nicht, wie soll das? Ich habe schon ewig kein Hamburger mehr gegessen bei McDonalds. Ich habe jetzt immer größere Burger, wenn es darum geht. Aber nicht, müsste ich mal vielleicht mal wieder machen. Mal gucken. Mal gucken. Laufen. Ja, oder? Das finde ich auch. So. Warum? Ja, das frage ich mich auch immer. Ach so, okay. Das frage ich mich auch immer, Lilibon. Warum die Kamera nicht das macht, was sie soll? Eigentlich heißt Verfolgung, ich bin in der Mitte. Und der Rest drumherum wird angepasst, je nachdem, wohin ich gehe. Macht sie jetzt natürlich nicht, weil ich es ausgeschaltet habe. Aber, ja, gut. Ist halt so. Malvea sagt, ich brauche was zu trinken, ist mir zu kotzi hier. Zu kotzi hier? Wie zu kotzi hier? Was ist hier zu kotzi? Ach, zu kotzi? Oh mein Gott. Der Bot sagt einfach zu kotzi hier. Äh, nein. Er sagt zu crazy. Bzw. Nein, sie schrieb zu crazy und er sagte kotzi. Äh, da kann der Bot nicht lesen. Äh, schick ihn nochmal in die Schule. Weißt du, was mir fehlt in den letzten drei Augen? Die Springer. Äh, hello there. Oh, oh, nein, nein, nein. Riss! Ah, 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 ah. Wieder, wieder das wöchentliche Beispiel dafür. Kamera und Mikrofon hören im Spiel zu und reagieren darauf. Sie sagt, es fehlt ihr. Bub, war er da. Und, ja. Selbst schuld. Kein Mitleid. Oh, scheiße. Bitte klipp das. Oder mach einen Screenshot. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Ja. Fast. Fast. Nicht ganz, aber fast. Mein Luftstrom. Hast du auch Angst, wenn du deine Hand da rein tust, soll die sie dann so abgehen? Bei diesen Föhnens? Kennst du diesen... Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ich habe Angst, irgendwo auch gegen Anzustoßen, weil ich dann Angst habe, dass da Bakterien auf meine Finger kommen und ich überlege jedes Mal, meinen Penis da reinzustecken. Na, einfach um zu gucken, wie es flattert. Also das ist nur einfach um... Oh mein Gott. Unangenehm. Ich glaube, er meint es ein... Ähm, also den... Ähm, nee, ich habe es gewechselt. Ähm, Ohren. Jetzt wissen wir, wie der Titel zustande kam. Das war definitiv unangenehm. Aber mit Sicherheit völlig... Ja, genau. Weiter geht's. Ich hacke keine Walnüsse. Ich mache... Das hier. Wisst ihr, was mir da als erstes Wort einfällt? Dummheit. Dumm sein. Wie kann man nur so dumm sein, mit einer Flasche auf einem harten Untergrund zu hauen? Dann nimmt man was anderes. Zum Beispiel einen... Ein Nudelholz. Oder einen Fleischhammer. Von mir aus. Von mir aus auch ne... 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 Schöpfkelle für Suppen. Aber doch nicht ne Flasche. Haupt... Außer sie wäre aus Metall. Wenn man kein Nudelholz, keine Suppenkelle, was man... Also eine Suppkelle soll eigentlich jeder im Haus haben. Ähm, oder so hat. Dann sollte man besser eine Dose nehmen. Weil eine Dose hat eigentlich jeder im Haus. Aus Metall. Oder eine Metallflasche. Okay, aber... Aber bitte bei... Ähm... Thermos kann vorsichtig sein. Genau. Genau. Ich weiß. Obwohl, das stimmt gar nicht, Kistenkater. Du kannst sehr gut singen. Mach dich nicht immer kleiner, als du bist. So. Du bist schon nicht der Größte. Oder ist das so zu... Zu sehr von oben. Oder ist das cool. Oh man, jetzt ist halt... Junge, mir fällt alles runter. Ich kann das alles nicht mehr. Der Stream ist abgebrochen. Ey. So machen wir auch so scheiße. Junge, ich zähle jetzt gleich einfach gleich wieder an die... Runtergeschmissen gerade. Wo bunkert man sowas, Alter? Ich brauche das ja auch nicht so. Jetzt brauchst du es nicht mehr. Ich habe das einfach kaputt gemacht. Ja, das sieht man. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ähm... Und ja. Ähm... Übrigens, sie hat von derselben Firma den Stuhl wie ich. Also auch Dobings. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, der Dobings, ähm, Support ist nicht gut. Ich habe denen vor einer Woche eine E-Mail geschrieben und habe bis heute keine Antwort gekriegt. Wer aber darauf reagiert hat, war Amazon. Die haben mich gefragt, ob, ähm, ähm, ob ich meine Antwort gekriegt habe. Nee, habe ich nicht. Also, ja. Dobings hat einen schlechten Support. Ganz ehrlich. Schau, lang. Huh? Diesmal nicht. Die nächste kriegt dich aber. Stufe 10. Und tschüss. Ich habe es gerade gesagt. Ja, ich habe auch gewusst, dass das passiert, ohne dass ich den Clip kannte. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob sie diese Woche mit drin ist, aber wenn wir die Doni diese Woche sehen, ich kann euch eins sagen, ich habe es endlich mal geschafft. Ich habe einen Stream von ihr geguckt. Und der war richtig lustig. Mhm. Außer, dass sie ein Problem mit den Tageszeiten hat. Und die ist riesig. Das ist eine normale Pizza. Und sehr schön. Ich frage, du bist ein Pidu. Ja, genau. Ja, da hat die Reaktion ein klein bisschen zu lang gedauert. Oder sei ihr peinlich, dass sie das gesagt hat? Aber die Pizza war ja normal groß. Also, ja. Seine Leiche geht weg, Schüssel. Wohin? Ich bin nicht mein Bescheid. Okay. Okay. Schau dir das an. Alter, ist das geil. Okay. Die Leiche bringt sich in Sicherheit. Ist das ein bisschen spät? Ich meine nur so. Ich kann mich natürlich auch irren. Täglich Katzenkampf beginnt. Und fight. Die Katze ist gut erzogen. Sie wartet auf das Kommando. Ist ein Hund dran verloren gegangen. Level up sein. Vielleicht aber auch nicht. Diese Leute machen mir ein bisschen... Okay. Bro, was ist das? Also, der verfolgt mich schon die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, wenn das noch eine Stunde so weitergeht, dann kann ich irgendwie so eine einseitige Verfügung für den holen, ne? Dieses perverse Ekelschwein. Warum bleibst du denn auch so lange da rumstehen? Dann geh doch einfach weg. Selbst wenn er dich verfolgt. Aber das ist halt New World. Ja. Ihr wisst, wer das hergestellt hat. Oder wenn nicht, googelt mal. Für deinen Durchfall. Jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Und für die extra schweren Momente gibt es die Rolle auch in XXL. Nein, nochmal. Wir brauchen keine Klopapierrolle. Wir nehmen Tampotaschentücher. Vielseitiger als eine Toilettenpapierrolle. Also. Ja, genau. Nee, das ist kein... Bäh. Bäh. Ist das eklig? Bäh. Ist das eklig? Bäh. Nein. Bäh. Das ist... Bäh. 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 Ich weiß nicht, was ekliger ist. Die Schokolade unter deinen Zungen. Das ist ein schönes Kompliment an den Partner. Aber ich esse die doch lieber auf dem Brot. Kistenkater. Keine Idee. Bitte keine Idee. Nein, das ist keine Idee. Das wollen wir nicht. Das lassen wir schön bleiben. Die Musik ging ja am Anfang vom Stream. Die Sachen waren halt nur leise. Und jetzt geht einfach gar nichts mehr. Das Einzige, was am Anfang nicht ging, war halt das, äh... War halt die Cam. Aber das verstehe ich jetzt auch. Das ist doch nicht wahr! Ja, doch. Das ist wahr. Du hast... Ich sagte... Doch mal. Doch mal. Liebe... Extreme-Kollegen. Und Kolleginnen. Ja. Wenn ihr etwas sagt, dann passiert das meistens dann auch direkt danach, weil... Wir werden abgehört. Ja. Wenn die Musik nicht funktioniert, ähm... Dann habt ihr vielleicht eure Playlist fertig. Und habt sie nicht im Dauerschleife. Das zum einen. Wenn die Kamera abhaut, dann... Ist vielleicht zu viel an die USB-Ports angeschlossen. Oder der Cam-Link funktioniert nicht richtig. Äh... Wenn das Mikrofon aus ist, solltet ihr gucken, ob ihr es vielleicht vergessen habt, freizuschalten. Beziehungsweise das Mute rauszunehmen. Äh... Nur damit ihr es seht. So, und unser Kistenkader hat jetzt auf das mit dem Nutella reagiert. Beziehungsweise Nutella-San, wenn ich das war eine Snougat-Creme. Äh... Äh... Ja, das... Äh... Ja, genau. Nein. Der macht das auch nicht mit Sahne. Nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. So, weiter geht's. Er hat doch gerade gewonnen, oder nicht? Ja, Ass. Wo soll ich denn das spielen? Ass. Das ist Deutsch? Und heißt Ass. Was? Nein, das ist Ass. Nein, Ass. Im Deutschen gibt es doch nicht Ass. Nein, Ass. Das Ass, das ist die Karte Ass? Ass. Ass. Ass? Ja, im Spiel Ass. Ja. Pick Ass. Gut Morgen. Moment, 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 Moment. Bube, Dame, König Ass. 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 Nicht Ass. Ass? Ass gesprochen. Der Moment, in dem du feststellst, dass A, dein Mann die Taste von der Maus gedrückt hat mit seiner Tablettenbox. Zweitens, du feststellst, dass du eine Karte nie richtig ausgesprochen hast. Das Ding heißt Ass und das steht im Deutschen erstmal für eine Karte, klar. Und als zweites, wenn du etwas schaffst, beim ersten Anlauf. Also sprich, du schlägst einen Aufschlag und machst einen Punkt beim Tennis oder beim Tischtennis. Wobei beim Tischtennis weiß ich nicht, ob das auch Ass genannt wird, aber beim Tennis zumindest. Oder halt in diesem Spiel, Valorant, wenn du alle Gegner in einem Zug abräumst und gewinnst damit. Dann ist das auch ein Ass. So, weiter geht's. Ja, ja, du, Kronk. Danke für den Gifted-Sub an Kronk. Kronk mit K-H. Den kennt man den? Der Name sagt mir auch was, hab ich schon mal gehört. Aber, ah, warte mal. Ah, nee, das war ungespielt. Ich verwechsel die immer. Kronk. Kronk, einer der bekanntesten deutschen Streamer. Schenk dir einen Sub. Und du gehst hin und. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Gut, okay. Ich wäre wahrscheinlich auch geschockt, wenn Kronk bei mir reinkommen würde und würde mir einen Sub schenken. Aber ich wüsste wenigstens, wer er ist. Ja, genau. Gut. Weiter geht's. Warum nicht? Du hast gestern... Du hast heute alles auf uns gehabt. Wow. Okay. Großes Mundwerk. Wo willst du das daran festmachen? Der ist doch gar nicht lang. Okay, nein, ich mache das jetzt nicht mit meinem Mikrofon nach. Dazu ist mir mein Mikrofon zu wichtig. Und, äh, nein. Nee, 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 nee. Lassen wir weiter. Ach, keinem ist das scheißegal. Ich will einfach versuchen, auf meine Runden zu finden. Ich will ja auch gesagt, einfach nur gut fahren. So nicht. Mach sie mal. Das war nicht gut gefahren. Obwohl, sie ist ja eigentlich gut gefahren. Der Schuld an diesem Unfall war der, der von hinten kam. Der blaue war... Ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Ich habe mich heute eingekackt auf dem Parkplatz von Rewe. Alarm! Alarm! Hehehehe. Okay, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht näher darauf eingehen, was sie genau damit meinte. Ähm, im Übrigen, was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Äh, ich weiß es nicht mehr. Bei der Crash-Team-Challenge geht es nicht nur darum, irgendwelche Autos zu zerstören. Du zerstörst auch die Person. Du zerstörst auch deinen Gegner. Physisch. Das alles. Das Selbstbewusstsein, das Selbstbild. Du haust da richtig drauf. Physisch. Nein! Ich will hier! Ist er schon vorbei? Ich hole den Arsch und dann lass ich dich dran riechen. Ja, da hatten wir eindeutig die Erklärung und gleich auch das praktische Beispiel dafür. Lieber Milchbaum, lass es einfach sein. Ich wünsche dir alles zum glücklichen Glückwunsch und einen glücklichen Glückwunsch zum Gebu... Jetzt kommen, ähm, Grundschulerinnerungen hoch, weil, äh, ja, genau, ich musste in der Grundschule auch Blockflöte üben. Ich hab's nie hingekriegt. Ähm, zum anderen, äh, ich weiß nicht. Sie hat irgendwie artikulative Probleme jedes Mal. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, heißt das. Herzlichen Glückwunsch. Genau. So, jetzt haben wir es gesagt. Meine Katze hat mir gerade aufs Zeichentab gekotzt. Hm, lecker. Dieser Clip, der musste sein, nachdem ich das letzte Mal diesen ultrasüßen Katzenclip mit Fetulines Katze gesehen habe. Und mein Herz geschmolzen ist. Ich musste jetzt wieder zurückgeholt werden in die Realität. Dankeschön dafür. Bitte, bitte, immer gerne. Nein, das war natürlich kein Clip von mir oder kein von mir gemacht, der Clip, sondern, ähm, ja, so kann's gehen. Ähm, jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich beim Streamen, beziehungsweise wenn ich zeichne, meine Katze nie auf meinen Tisch lasse. Ähm, damit sie gar nicht erst auf den Gedanken kommt, mir auf das Zeichentablet zu sich übergeben. Genau. Und tschüss, das war der PC. Okay. Er hat jetzt... Ich würde jetzt gerne wissen wollen, was da dran kaputt gegangen ist, weil, ähm, das Gesicht war nicht besonders. Also, entweder war es ein Temperate Glass, dann wundere ich mich, dass das so leicht gesprungen ist, denn so leicht sollte das nicht springen. Aber, ähm, dann könnte die Glassfront oder die Glassseite kaputt gegangen sein, wobei die sah noch, waren beide sahen noch sehr gut aus. Es könnte natürlich auch sein, dass irgendwas innen drinnen abgeplatzt ist, das wäre dann natürlich nicht so gut. Gerade wenn's am Mainboard ist, das kann teuer werden. Oder wenn's die Grafikkarte ist, weil Grafikkarte, mhm, ja. Ah, deswegen immer gut gucken, wo greift ihr euren PC an, wenn ihr ihn hochhebt und wegtragt, damit da ja nichts passieren kann. Doch, das war ein perfekter Suizid. Weiter geht's. Hm. Hm. Schmeckt das nicht? Schmeckt das nicht? Gib her, ich phobie auch. Weich, weich, weich. Äh, wollen wir wissen, was das war? Nee, oder? Also, ich nicht. Ich red mich hier wie Kreuz und Kra... Ich rede mich durch... Um Kopf und Kragen. In ein Kreuz. Nein. Oh Mann, irgendwas mit einem Kragen. Ich rede mich... Ah. Ich rede mich mit einem Kreuz... Ich rede mich... Um Kopf und Kragen? Hä, wo kommt das Kreuz her? Es gibt in diesem Spruch kein Kreuz, deswegen kann das auch nirgendwo herkommen. Das Ding heißt, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Hausaufgabe für euch, damit ihr was zu tun habt. Schaut mal nach, wo dieser Spruch herkommt, wenn ihr die Antwort habt, unten in die Kommentare. Gronkh. Äh, die Faggel kommt hinten rein. In dem... Ich mein hier in den Slot hinten, in den letzten. Hahaha. Ja, ja, das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ah, der klassische, schöne Versprecher. Geil. Weiter geht's. Ja, Elodie wäre Level of Detail, ne? Ich bin doch so ein bisschen hier kurz... Ihr kennt das, ne? Technik-Keros muss kurz so ein bisschen ran. Wenn ich das jetzt alles ganz hochschraubt, dann stirbt mir wahrscheinlich der Rechner doch komplett weg. Hä? Ah! Ich war doch nur im Grafikmenü! Ja, und das war verboten. Das Grafikmenü fasst man nicht an. Nein, natürlich nicht. Die meisten Spiele sind, was die Einstellungen der Grafikleistung angeht, vom Rechner, immer ein bisschen sehr konservativ und gehen ein bisschen weiter runter. Teste es einfach aus. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten anzuzeigen, wie gut die FPS-Zahlen sind. Teste es einfach aus und vor allen Dingen, wenn es ältere Spiele sind, ältere Spiele wohlgemerkt, dann könnt ihr meistens bei einem modernen PC alles auf voll hauen, weil die sind eh nicht für diese Hardware gemacht, sondern für ältere und damit passt das. Dankeschön. Für den Support. Ich mach's. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Hä? Sie hat sich vor der gelben Wand erschreckt. Oder vor dem Shrei. Verstehe ich nicht. Das passiert, wenn man nicht guckt, wo man das Ding hinmacht, weil man zu euphorisch ist. Ja. Da muss ich nicht jemand aus dem Spiel raustippen. Na mal Lucy, hör auf. Ey, geiles Bild. Das ist gut. Das Bild war geil gemacht. Ja, 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 genau. Noc's on Fox, Fox and Sox. Noc's on Fox and Sox on Box. Sox on Nux and Noc's on Box. Fox and Sox on Box on Knox. Chicks with bricks, come chicks with blocks. Come chicks with bricks and blocks and clocks. Come let's do tricks with bricks and blocks, sir. Let's do tricks with chicks and blocks, sir. cool 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 ja gut gemacht schöne zungenbrecher drin und ja das perfekt hingekriegt sehr schön ich habe den diesen gebaut sehr gut leute ja das war vollgeist umstand counter-strike ja gut okay da war es mit der anpassung nicht ganz so gut okay weiter geht der ist der code for the box ja gut ja okay weiter geht es hat nichts mit okay es hat ein bisschen was mit dem schwierigkeitsgrad zu tun aber das ist halt nur bei dieser einen stelle weil man halt so dumm nach blöden ziffern so weit wird das geschafft haben wieso kann ich nicht laden habe ich auch so sehen mein spiel gelöscht indem ich die ganze zeit leertasse besucht haben der moment in dem du merkst dass du von vorne anfangen muss weil du einfach zu viel eine taste gedrückt hast ja passiert ja okay weiter geht's ja perfekt abgefangen das auto hat der polizei hat sich unter dein auto geschoben damit ist entkommen unmöglich man praktisch mitten auf dem bürgersteig das ist wahre freundschaft wenn deine freunde dich anspucken da ist wieder der hingeht der spruch der woche aber dieses mal finde ich ihn eklig nee nee das ist nicht wahre freundschaft wenn du von deinen freunden angespuckt wirst wenn du von deinem ehepartner angespuckt wirst ist das markierung aber von den freunden und tschüss und tschüss selbst erkennt es ist der erste weg zur besserung weitermachen friedlich nein sagst du doch friedlich okay okay ich will es nicht benennen mein stream ist ab 18 mein stream ist ab 18 sah das jetzt nur für mich weird aus oder nein natürlich nicht die anderen fanden dass er auch während in dem stream aber was hat er da gemacht was kommt raus wenn sich ein krokodil und eine ente kreuzen ganz klar ein stabeltier das game ist entspannt und nicht so schlimm wie behauptet wird ja ganz bestimmt dieses spiele 10 die extrem verstört sein können spielt auf eigene gefahr wenn das schon am anfang eines spiels kommt dann kann es ja nur werden stellt euch mich vor in nacklich nur mit der windel an aber in klein okay nicht ansonsten ist es zu cringy aber so you know nee 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 wollen wir nicht nein 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 weiter geht's ja da ist auf mich meine oma hatte früher so hässliche clowns gesammelt ja mit dir hat sie angefangen ha tschuldigung oh der es tut mir so leicht die vorlage komm bast tschuldigung ja manche vorlagen sind einfach zu gut dass man sie auslassen könnte ja okay das habe ich jetzt nicht kommen sehen aber war gut geklippt die fällt zusammen nein doch das war doch klar dass das passieren muss oder ja da unten ist schon licht an und es geht eine blutspur runter es unten ist licht an es geht eine blutspur da unten ja was soll da unten schon sein ne party in nem horrorspiel nachdenken nachdenken ich muss eine Sache sagen ich hasse es wenn ich auf Toilette bin wenn jemand mit mir redet ich kann das nicht ich kann das nicht ich rede nicht mit mir wenn ich auf Toilette bin das extra die Tür ist zu ich bin nicht da ich brauche meine Konzentration ja manche Menschen brauchen wirklich Konzentration wenn sie aufs Klo gehen äh ne okay ich versuche mal ob wir den hier machen können dann versucht und Ende okay das war's ja war nicht so ein guter Versuch ja man sollte es vielleicht auch mal was dagegen tun und nicht einfach nur gucken auf den Bildschirm starren wäre vielleicht ne Idee also ich kann dazu nein sagen nein definitiv nicht mit dir möchte ich kein Kaffee trinken gehen wie 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 ja 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 okay oh das war ja gar nicht mal Tide das war ja Tide wie ähm meine Mama was was hä was zum Geier erzählst du da hä das war weder gruselig noch Tide noch sonst irgendwas das war ja wieso kann ich eigentlich dieses Kind hier nicht anlauben soll Heid und Sieg mit denen spielen steht doch ein Kind vor mir Junge wieso kann ich das nicht anfassen man oh 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 anschlagen meine ich oh nein warst du es auch falsch ja 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 nachdeckt bevor man den Bund ausmacht äh wir sind dann jetzt weg tschüss 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 hat keiner gesehen ne nein hat keiner gesehen ich glaub auch meinst du wirklich ne ja ja gesehen hat es keiner natürlich hat es keiner gesehen wenn ihr das nächste Mal sowas macht achtet darauf dass ihr die Schuhe abdeckt damit man das nicht sieht äh wo ihr hinlauft äh aber sonst war das ne coole Idee muss ich sagen am Ende äh und ganz ehrlich dankeschön für diese tolle Folge das war echt genial äh ich hab mich richtig amüsiert und ich ja genau eigentlich rege ich mich eher selten bei den Twitch Clips auf ich lache eher darüber weil ich das lustig finde aber heute konnte ich mich so manchmal ein bisschen auflegen das Schlimmste war dieses WLAN Kabel das ist ganz blöde äh ja genau okay gut ähm also ich äh hoffe es hat euch auch so schön gefallen und wenn ja könnt ihr das jetzt da sehen was ihr machen dürft könnt wollt wie auch immer um das ganze zu unterstützen ähm ich mach das ganze natürlich hier jetzt bei Twitch Clips Germany auch abonniert ist Like gibt's oben drauf und äh ja ähm mir bleibt ja doch zu sagen wenn ihr irgendwas loswerden wollt wie Anregungen, Kritik, Lob ähm ein Video was man reagieren könnte oder sonst irgendwas unten damit in die Kommentare Link zum Video damit ihr das ganze ohne meinen Gesappel äh euch angucken könnt ist unten in der Videobeschreibung da ist auch der Link zu meinem Twitch Kanal dann könnt ihr dem Ganzen auch mal live folgen und wir sehen uns wieder und bis dahin sagt euch tschüss eure Josi mr n n j n então n n n n Untertitelung des ZDF, 2020